Ich wollte diesen filmischen Indie-Look herstellen und gleichzeitig wollte ich gerne das Grundspektrum der Farben, die Farben sind, die wir auf der Isle of Sky in der Natur wirklich finden. Das sind diese Herbsttöne, das sind so rostige Töne, das ist auch wie so ein Weinrot und so ein ganz dunkles, das ist Grün. Und das Kira, die so von außen auch in diese schottische Welt reinkommt, dass sie ihre eigene Farbe mitbringt. Das heißt, wir haben so eine bläuliche Welt dort, wo wir mit Kira in ihrer Welt sind und wir haben diese Isle of Sky-Herbstfarben in Ians Welt und auch grundsätzlich im Film. Und Ian ist für Kira, naja, das sehen wir im Film, was Ian für Kira ist. Mein Name ist Aileen Tetzel, ich bin die Hauptdarstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin des Films Falling Into Place, den ihr am 7. Dezember im Kino sehen könnt. Viel Spaß! Vielen Dank! Vielen Dank!